Die Wirtschaft probiert es mal andersherum. Sie will endlich alle Produkte kennzeichnen, die in irgendeiner Weise mit Gentechnik hergestellt wurden. Bumm trägt sich bei den Kritikern der Gentechnik heftiger Widerstand. Denn wenn ausgerechnet die Lebensmittellobby ihre populären Forderungen nach uneingeschränkter Kennzeichnung übernimmt, dann verheißt das in der Politik nichts Gutes. Die Gentechnik-Gegner begründen ihre überraschende Kehrtwende damit, die Lobby-Truppe der Wirtschaft wolle eine Labelflut in den Regalen, die den Verbrauchern suggeriert, der Gentechnik sei nicht mehr zu entkommen. Sie hoffen, dass immer mehr Produkte mit dem Aufdruck gentechnikfrei werben, noch besser, dass ganze Landstriche als gentechnikfreie Regionen ausgerufen werden. So Unrecht haben sie mit ihrer Befürchtung nicht. Die Kritiker der Gentechnik wissen natürlich, dass ihre gentechnikfreien Regionen, Patiumkinsche Dörfer sind, Kulissen für gutgläubige Verbraucher. Wenn heute auf allen Produkten, die mit Gentechnik hergestellt worden sind, ein roter Gentechnik-Punkt kleben müsste, so Spottenkritiker, dann wären die meisten Produkte im Supermarkt damit gebranntmarkt. Egal ob Lebensmittel, Kosmetika, Waschmittel oder Textilien. Viele natürliche Beigaben, wie Aromen oder Duftstoffe, stammen aus dem Genlabor. Fast jedes Brot und Brötchen enthält gentechnische Enzyme, ebenso unsere Waschmittel. Selbst die Sojawürstchen sind mit Glutamat aus gentechnisch veränderten Mikroben gewürzt. Und die Wirtschaft? Die setzt nun nach Jahren der Öffentlichkeitsscheu zur Flucht nach vorne an. Sie will mit ihrem Vorstoß einen Überraschungskuh landen. Hatte nicht vor Jahren der Chemiekonzern höchst damit seine Kritiker bloßgestellt? Nach einem eher unbedeutenden Chemionfall, der sie durch ungeschicktes Agieren in der Öffentlichkeit zum medialen Superkau entwickelte, entschloss sich die Pressestelle, jedes Mal Löhr zum Störfall hochzustilisieren. Die Medien stürzten sich zunächst begierig auf verschüttete Putzeimer und umgekippte Kanister, wurden dann aber des Spiels überdrossig. Höchst war endlich aus den Schlagzeilen. Und genau diesen Effekt erhoffen sich die Produzenten jetzt ebenfalls. Vom Schweigen profitieren bisher vor allem Branchen, die vermeintlich frei von Gentechnik sind. Also Produkte, gekennzeichnet mit Bio- oder Gentechnikfrei. Doch die Gentechnik ist längst auf allen Stufen der Produktion angekommen. Mit gentechnischen Verfahren werden Krankheitserreger von Nutzpflanzen und Nutzvieh identifiziert. Die schnelle und zuverlässige Diagnostik ist Voraussetzung für eine Verminderung des Einsatzes von Pestiziden und Antibiotika. Für die Schweinemast kommen die tierischen Aminosäuren und die Vitamine heute von Bakterien, die gentechnisch optimiert wurden. Werden diese Genprodukte an Tiere verfüttert, darf sogar das Siegel Gentechnikfrei drauf. Es ist kaum zwei Jahre her, dass das ZDF in Bio-Gemüse allerlei artfremde Gene nachgewiesen hatte, die nicht durch traditionelle Züchtung hineingeraten sein konnten. Die fraglichen Bio-Gemüse, sogenannte CMS-Hybriden, waren mit modernster Gentechnik zusammengebastelt worden. Ohne diese hätte sich wohl auch Bio längst vom Acker gemacht. Wenn derzeit unsere Politiker ein generelles Verbot der Gentechnik auf unseren Äckern fordern, so ist das pure Augenwischerei. Ein Teil der Gentechnik wie die CMS-Hybriden fällt einfach durch das weitmaschige Netz der Definitionen. Und der andere Teil, wie genveränderte Baumwolle, wird halt im Ausland angebaut und hier verwendet. Was lehrt uns das? Je lauter der Ruf nach dem Schutz des Verbrauchers ertönt, umso unappetitlicher die Absichten. Land- und Lebensmittelwirtschaft haben die Öffentlichkeit in das Licht geführt. Sie haben die Gentechnik auf breiter Front eingesetzt und darüber geschwiegen. Umwelt- und Verbraucherschützer haben wieder besseren Wissen so getan, als könnten wir die Spenden in der Bilderbuchwelt von Heidi und ihrem Almöhe speisen. Mahlzeit!